Und willkommen zurück zu Let's Plays Movies. Ein Horror-Drehbuch muss her. Ganz dringend. Ja, genau. Milo Harris ist wieder dabei. Okay. Wir nehmen... Was haben wir noch für Horror? Ja, für Action natürlich. Aber wir machen einen richtigen Horror-Streifen. Was könnte man denn da nehmen? Erstmal Leute, die reinkommen. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Andershock. Wir nehmen mal Violence. Boah, da brauchen wir viel zu viele Leute. Fick abretten. Sehr gut. Was haben wir denn noch hier? Nee. Was gibt's denn so? Was gibt's denn so? Einer ist Überraschungster Sack. Ja, das läuft doch. Das läuft doch mal richtig gut. Und Nuro. Ja, der Fistfight, der ist immer gut. Richtig schön auf die Fresse gehen. Richtig schon aufs Maul hauen. Genau. Konfrontation. Sirenen. Und dann... Ich hätte Lust auf ein richtiges Feuergefecht. Ja, nehmen wir mal das hier. Für die Szenen haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ach komm, eine geht noch. Eine geht noch. Und zwar Battles End... Nee, Battles Render. Was mir hier nicht mal einen Punkt einbringt. Wow. Dann noch irgendwas kleines, kurzes. Noch eine Startschusssäne. Genau. Und ich hätte auch gerne mal Wetter-Effekte. Nämlich hier soll es... ...bitte... ...Regen, Nebel, Minimregen. Und es ist abends. Genauso wie hier. Jedenfalls mit Regen. In der letzten Szene... ...wird's das im Augenbrauen. Mit Nebel. Perfekt. Einen Counter, Astia... ...er Fist-Falke, genau. Ja, da furchtabend Regen stattfinden. Und... ...absolut extreme Gewalt. Sehr gut. Ihr seid beide soweit, würde ich sagen. Absolut. Und da fehlt uns noch ein Crew-Mitglied. Uns fehlt ein Crew-Mitglied. Es ist ein Wetter. Ein Mechaniker. Einmal bitte zur Crew. Vier Crew-Mitglieder. Ach du Schande. Naja gut. Erstmal wieder speichern. Ja. Aktion! Jetzt wird auch deutlich, wir brauchen hier wirklich jeden, den wir kriegen können. Aber das war's auch mal wieder von diesem Part. Naja, war's nicht. Oder? War's das schon? Ja doch. Bis zum nächsten Mal.